Wie im wahre Leben findet man. Keiner gefällt einem, guckt rum. Den optimalen Partner. Man rufst an, sagt wollen wir uns mal treffen. Manche suchen immer noch. Also ich bin nicht so und ich mag dieses kalte halt überhaupt nicht. Da kann man wirklich jagen mit. Du hast die Frage außergewöhnlich schön formuliert. Guter Abschluss. Danke.